Und dann greifen wir jetzt halt die Holländer an, oder? Wir wollen nicht gegen uns kämpfen, nehmen wir trotzdem alles mit. Das Schiff, glaube ich, ist auch relativ viel wert, auch nach St. Martin, die jetzt einen Hass gegen uns haben, wir haben 103 Leute, könnten wir nämlich da versuchen mal eins einzunehmen. Befördert uns, die Anerkennung für eure Leistung und Dienste, nenne ich euch hiermit freiwillig zum Kapitän. Na cool. Was ist da denn? Geh weg. Will ich eigentlich jetzt biervoll an Land gehen und die angreifen? Ja, guck mal hier, ich bin hier verankert, dann, wenn wir jetzt da hingehen und über Land kann man die nämlich dann angreifen und die Stadt erobern. Das sollten wir schaffen, 137 gegen 140 Soldaten, müssen wir auch taktisch vorgehen, weil hier, das sind unsere Schützen, sind aber wiederum nicht so stark auf dem offenen Gelände, äh, stärker auf dem offenen Gelände und die können natürlich auch im Dschungels und sowas ganz gut kämpfen oder in den Wäldern. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich anfangen. Ne, ich fang hier an, komm. Müssen wir hier schauen, die könnten immer zweimal bewegt werden, diese Offiziere, sind natürlich auch dementsprechend recht stark. Natürlich blöd, dass die alle schießen können, ne? Ah, wir können noch nicht schießen, schade. Jetzt können wir noch ab, oder? Nö. Weil unsere Schwertkämpfer müssen natürlich komplett nah dran sein, die können aber schon von der Wäute her schießen. Ja gut, die Truppe ist jetzt weg. Ähm, äh, die greifen die Truppe hier an. Sollten sie ja nicht auch locker schaffen. Müssen wir schauen, dass wir... Ich weiß nicht genau, wie man jetzt die... Äh. Ah, guck mal, so kann man jetzt wechseln zwischen den Einheiten, die angegriffen werden sollen. Ähm, ich würde sagen, wir nutzen die Chance und greifen die ja immer an. Guck mal, jetzt sind die nämlich auch schon fast weg. Hier würde ich tatsächlich sogar sagen, dass wir da gucken, wie er mit in die Richtung kommt. Mal gucken. Wäre natürlich gut gewesen, wenn wir die noch komplett wegbekommen hätten. So, die können die Piraten, äh, die Indianer da angreifen. Sollten sie eigentlich auch schaffen. Ja, locker. Also wenn es einigermaßen ausgeklicken ist von der Menge her, schafft man das eigentlich immer. Sehr gut. Die haben wir noch geschafft, das war wichtig. Äh, ich würde jetzt mit denen... ...die hier gehen, auf die Indianer. Hier beschießen die dann noch ein bisschen. Können wir natürlich auch mal voll auf Nahkampf gehen, so. Upp. Komm. Eigentlich müssten die das auch schaffen. Nein, das haben wir nicht geschafft. Das war natürlich jetzt doof, aber schaffen wir noch alles. Also, das ist noch gut. Ganz nachvollziehen konnte ich es jetzt nicht, warum wir die nicht einstigen 1 geschafft haben. Oh, jetzt werden wir, glaube ich, abhauen. Aber jetzt, guck mal, jetzt kommen wir mit denen da ran. Gut. Machen die nochmal kurz ein bisschen. Wir schwächen die kurz ab. Dann können wir mit denen greifen. Das war doch gut. Ein kleines Vermögen von 146 Talan als Anteil. Ihr könnt eure Flaggschiff Rache behalten. Eure fünfprozentige Anteil der Beute ist. Heutalslehrling beträgt. 577. Macht nichts zu teilen später. Ne, hallo. Und sollen wir jetzt schon teilen? Kartenstöck, noch eine Karte. Das ist bestimmt wieder oben. Ne, da müssen wir doch eh hin. Mal schauen, wo die Stadt ist. Trinitat oder irgendwie sowas hieß das doch, oder? Da, da müssen wir doch eh hin. Da, da müssen wir hin. Irgendwie, da. Da müssen wir hin. Der wollte es doch auch irgendwie befördern oder sowas, ne? Dachten die doch. Nach welchem Fels suchen wir denn, als wir den schon suchen, erfinden? Gal... Galgenstein. Boah, Alter. Die Schrift ist echt schwer. Dann dennoch in der Grafik. Hm. Pirat, das könnte unser sein, den wir suchen. Ja. Es ist er sogar. Äh, das ist der Pirat, den wir suchen. Komm her, Alter. Der hat auch schon direkt wieder ganz anders drauf gegenüber. Was? Wie, warum hast du denn... Wir haben doch einen Kasunier dabei. Warum habe ich denn so doll daneben geschossen? Wir müssen nämlich gleich relativ schnell kämpfen. Wir haben nämlich mehr Leute als wir. Okay. Da gibt's dann natürlich auch immer so einen kleinen Einspieler. Von den Piraten, den wir suchen. Ich weiß gar nicht, auf welchen Platz der ist. Das hätten wir vielleicht nochmal vorgucken können. Wir haben jetzt nämlich nur 78, äh, 68 Piraten noch. Und die noch 79. Also die haben 10 mehr als wir. Aber wir sind besser drauf. Ich weiß gar nicht, was dieses Rufen bedeutet. Was es irgendwas bringt oder so. Da gibt's auch noch diesen kleinen Einspieler. Den finde ich immer ganz gut gemacht. Gibt's auch verschiedene tatsächlich. Das war jetzt aber der klassische Einspieler, meine ich. Oh. Äh, eine eifrige Gruppe von 12 Matrosen will sich aus Feinstücken eurer 63 Mann starken Besatzung anschließen. Ja, natürlich kommt. Rani, Jungs! 2400 Goldstücke! Uhu! Alles mitnehmen, oder? Nö. Das lassen wir fast so. Äh, Schaluppe, 60 Tonnen. Zum Segel brauchen wir 18 Besatzungsmitglieder. Unsere 67 Mann starken Besatzung. Hm. Die, die versenken wir, die ist nicht viel wert. Oh, die hat ganz gute Geschütze und so. Könnten wir sogar austauschen, Kollegen. Äh, damit haben wir das jetzt auch. Oh, scheiße. Jetzt bin ich schön durch die Steine gedonnert. Das könnte der Stein sein. Ja, das ist der auch. Äh, wenn wir da rein. Und dann mal schnell einen Schatz holen, würde ich sagen. Gehen wir mal vor Anker. Ja. Ach, fix den Schatz auch nicht gefunden. Ah, guck mal. Mit Rechtsklick kann man noch das Fernglas aktivieren. Das ist auch manchmal hilfreich. Hilfreich. Auch schon mit zweiten Schatz. Sehr schön. Bob. Äh, und? Da wollte ich doch gar nicht rein. Ja. Ja. Ja.